herzlich willkommen zu einem neuen video leute und diesmal würde ich sagen zocke ich mal schauen was haben wir hier so gutes ja skywars genau ja spiel mir skywars leute und ich würde sagen wir sehen uns einfach in der runde und dann erkläre ich mal noch mal so leute jetzt sind wir in der skywars runde und ja das ging jetzt schon ein bisschen schneller als ich gedacht hatte dass ich in der runde komme auf jeden fall leute wollte ich noch sagen ja eigentlich hattet ihr jetzt clash of clans erwartet leute ich eigentlich auch muss ich ehrlich sagen aber das problem ist ja es wird halt langweilig habe ich das gefühl zwischen euch ich sehe eure kommentare eigentlich auch schnitzel kann man immer im gebrüchen stecken wenn ich soll ich ja als ja gute community an leute aber ich weiß dass es euch nicht gefällt leute und das ist das problem und warte mal meine katze so da bin ich und meine katze kann nicht klopfen das ist mir gerade erst gerade auch aufgefallen ja bin ich dumm ne leute das sieht man schon mal meine skills ähm ich würde sagen ja wir kraften uns erstmal ähm eine bessere wustplatte weil das ist richtig wichtig gold ist schlecht wie ihr wisst habe ich eigentlich schon gut ne habe ich nicht brauche ich gut oder ja so ein helmen helmen wir machen wir kommen leute nennen nein 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 wir machen uns erst mal eine spitzer kämpft würde ich sagen oder und bauen unten die die er sagt ja genau das machen wir das machen wie wir bauen und jetzt mal hier raus leute wir bauen uns erst mal hier raus ähm und dann gehen wir runter äh warte wo geht es hier runter bitte ähm wo geht es hier runter leute wo geht es hier und ich bin gerade durch mit ich mache so eine spontane aufnahme eigentlich wollte ich keine aufnahme machen aber ist egal 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 ist mir egal in den zellen sind noch diamanten genau da war damals damals da waren sie da waren sie da waren sie kommen ja gut und noch mal her und noch mal und da oben noch mal ich glaube ich bin einer der schlechtesten Skybox Spieler erlaubt im Mund ist nicht nur sagen ich bin richtig schlechtes Skybox aber zurzeit läuft halt schon aber ich hatte halt noch keine Kürze und so und das muss man eigentlich auch bedenken ich habe jetzt Angst dass da einer rüberkommt oder sowas ist egal ich höre ihn ja Leute ich höre ihn ja machen wir ein Bier schon sie wenn ich nicht so lecker Leute sind will ich wirklich gucken und ich würde sagen wir sind jetzt das ist ja mehr so lecker Leute es nur lecker ja gut wo gehen wir jetzt hin wo gehen wir jetzt hin ist da jemand ich glaube nicht dann können ich da noch die Diabe für was die Tieres noch abbauen wenn ich bin schon richtig gut erklärt muss ich sagen oder die mir eher davon in den ich sage wir gehen jetzt mal in die Mitte würde ich sagen so spontan Leute ja auch schon wenn nicht dass ich einer damit erinnert Teleportiert das wäre auch es sind schlecht für mich auch für diese hey ich finde es schon richtig gut an Leute es fängt richtig schon gut an n habe ich irgendwie spinnert sehr wenig habe ich nicht aber Erfahrungsfläche werde ich mir jetzt mal reinklangen weil man weiß ja nie ob man ob andere das sieht er mich gehe rein bitte okay danke ich habe jetzt halt kein spinnert ja er wird mich jetzt mit den eiern oder Schneebellen abwerfen Leute das weißt du jetzt weiß ich hundertprozentig das weiß ich einfach ich würde sagen wir bauen uns jetzt da hoch ich würde sagen wir bauen uns jetzt hoch damit ist erstens für ihn schwer und zweitens für mich aber habe ich gesagt dass ich die erste runde verkackt ne also ich würde sagen wir sehen uns in der nächsten runde so Leute willkommen bei meiner zweiten runde und wieso werde ich so komisch gebackt keine ahnung warum ähm ich glaube wegen dem start oder sowas ähm ein enderpearl habe ich kommt die mir gleich in die mitte oder ja gehen wir gleich in die mitte Leute gehen wir gleich in die mitte schaffen wir das schaffen wir das zum glück ist nicht angekommen Leute sonst wäre ich jetzt wieder weg und dann wäre es äh ein bisschen scheiße was was will ich jetzt hier noch machen mit den Werkbänken ich würde sagen wir craften uns wieder ähm so wie vorhin eine Spitzhacke und dann noch und dann noch weil das sonst schlecht ist für mich so und kann man hier noch irgendwas ab bauen Leute kann man hier ja da unten sind die jahre ich habe auch nicht ja ich bin wegen und mit auch mal ab weil es sich sonst nicht lohnt gut er hat er hat er wird er hat er ist jetzt aber ein Bild ist auch egal sieben sie ist die ok was kann ich da noch machen wollte ich mir fehlt ein Bier mit ein Bier wo ist wo es noch ein Biermann bitte 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 sonst bin ich im Arsch weil ich habe keine Rüstung Leute ich habe keine Rüstung es kann um Rüstung Rüstung was er Goldabschl Goldabschl meine Taktik wird sein zu eine Runde zu schlagen aber da danke danke für diesen Diamant jetzt machen wir das tun jetzt sind wir auch schon bisschen besser was können wir noch machen was können wir noch machen außer dass sie sich dann her bauen und dann haben wir gut hier ein Diamantenschwert bekommt warte mal warte mal warte mal ist das nicht das falsch macht hinter dir hinter dir hinter dir hinter dir Bro Achtung 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 geh nicht drauf geh nicht drauf es ist halt scheiße für mich und für ihn ja gut wenigstens hatte ich Kills Leute wenigstens hatte ich Kills ich bin ja so ein cooler Boy das war es jetzt mit der Runde ja es war nur klein aber ihr fragt euch jetzt sicherlich warum ich kein Clash of Clans oder so mache aus einem ganz bestimmten Grund weil es langweilig wird und ich würde sagen ich würde eigentlich nichts mehr sagen also ich würde sagen ich würde ach was soll's Leute also haut rein bis zum nächsten Mal ciao ciao